Jetzt würde ich es aber wissen. Bin ich jetzt live? Oder sieht es sehr gut aus? Also bei Twitch bin ich gerade noch als Hoster drin und auf YouTube, was ich eher befürchtet, dass ich live bin, was ich aber anscheinend auch nicht bin. Okay, ich bin live. Ja, ich habe es geistig auf die Kette gekriegt. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Okay, ich bin live. Das ist wunderbar. Ich hatte gerade den Bandbreitentestmodus drin. Den habe ich noch nie entdeckt. Jetzt war ich gerade live, obwohl ich nicht live war. Also sehr eigenartig. Ja, tun wir ganz kurz noch die Kamera ein bisschen genau fixen. So, ist einigermaßen gefixt. Das schwarze hier. Ne, das ist hier. Ah, das ist der Fernseher. Okay, dann muss der ein bisschen weiter nach links. Noch ein bisschen. Da muss die Kamera noch ein bisschen weiter reinzoomen. Und dann löw ich hier ein... Ah, Stream Elements ist das. Okay, alles gut. Ganz ruhig. So, das Spiel geht gleich los. Keine Angst. Ähm, ich hoffe, der Streamtitel passt. Ja, passt alles. Supergeil. Das ist doch wunderschön. Oh Gott, wie sieht meine... Wie sehen meine Panels aus? Richtig schrecklich. So, erst mal die Kamera ein bisschen. Da. Gut, das passt. Das passt auch. Aber hier links. Noch ein bisschen weit weg. So. Rechts auch noch ein bisschen. Ne, andersrum. So. Dann passt das auch wieder. Das war der falsche Knopf. Ah, das ist doch... So. Sieht ein bisschen besser aus. Und kleiner Test. Jupp, läuft ein bisschen besser. Das ist doch schön. So, das passt auch so weit. Ähm... Wo packe ich das denn hin? Da oben? Ne. Da hin. Da hin. Ich muss später wieder mal dieses OBS OBS Updaten. Also dieses OBS Studio Live. Activate Overlays. Ah, jetzt bin ich wieder da drin. Das ist sehr verwirrend irgendwie. Machen wir einfach so. Erstmal Kopfhörer auf. Erstmal Spielstart. Machen wir mal irgendwas. Ei, 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 ei. So. Kopfhörer ist auf. Das brauchen wir jetzt gleich. Machen wir ganz kurz zu. Das kommt nach links. Hier kommt das Spiel. Wo ist mein Spielordner da? Oh. Äh... Da 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 da... Äh... Da da da... Da... Mmh... Es müsste... Ganz kurz gucken. Ganz kurz gucken. Das sieht gut aus. Ton ist auch da. Super. Ist der Spielstand da? Nein. Das ist nicht gut. Dann war es die falsche Version. Gart heute ist wieder einiges... Komplett falsch. Eines war ein anderer Ordner. Neuer Ordner. Da ist es. Ich glaube aus irgendeinem Grund... Zwei mal derselben Immulator. Fragt mich nicht warum. So. Jetzt müsste es passen. Na? Yes. Das sieht doch gut aus. Juhu. Es... Klappt. Geil. So. Und das ganze... Ähm... Ne. Bevor ich es im Frühstück mache. Erstmal nochmal posten. Erst posten. Leute. Wenn ich wenigstens wüsste, dass ich gerade on bin. Beziehungsweise live. On oder live. Da da. Da 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 da. Da 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 da. So, kurz getreated. Das ich live bin. Oh, das ist so ein schlimmer Ohrwurm. So, dann machen wir das ganze Ding hier mal zu. Genau. Und. Dann das Ganze hier im Breitbildmodus. Video Fullscreen. Also ich habe ja gesagt, ich lasse das so. Nicht Breitbild. Also Fullscreen würde auch gehen. Das wäre ja dann. Wie war das? Ne. Ich weiß nicht wie. Auf jeden Fall licht schön. Den Text machen wir ganz kurz weg. Bam. So. Ah, das sieht doch schön aus. Ein Schluck und schon geht es los. Framerate mäßig auch gerade super. So, gibt es Updates hier. Da, 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 da. Okay. Dann. Legen wir los mit Welt 2 Level 6. Das ist laut bei mir. Ich hoffe, aber ich gehe es einigermaßen. Höhlen-Chaos. Da, 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 da. Das habe ich schon angefangen. Setz dir mal. Bin mir manchmal ganz sicher. So, ganz kurz. Jetzt noch mal testen. Springen. Schlecken. Und schießen. Ne, nicht. Geiler Start. Ich wollte damit sagen, das habe ich doch nicht gemacht. Jetzt hätte ich mich daran erinnert. Ich glaube, da gab es noch ganz keine Secrets. Oder auch nicht. Nicht zur Weit, mein Freund. Alles gut. War das eine gute Treppe? Na, gewagt der Sprung? Nein. Ah, Yoshi. Ah, das ist gut. Hopp, hopp. Das sind nämlich zwei Rote, die ich nicht gerne verpasst hätte. Ah. Ah. So ein Ding ist das. Aber du musst jetzt ja aufpassen. Wie schon haben wir gesagt, ich würde das hier nicht immer 100% haben. Wäre aber schon, wenn ich immer ganz nahe rankommen würde. Wäre schon ganz nice. Jetzt habe ich gerade auch nicht meine geile, ähm, wenn was passiert, Ansicht. Ich habe heute irgendwie eine stark gedowngradete OBS-Version. Das liegt daran, dass ich auch vor kurzem auf YouTube gestreamt habe. Und da brauche ich eine komplett andere OBS-Live-Version. Und man konnte mit der nur auf YouTube streamen. Und wenn ich wieder auf Twitch streamen kann, war ja noch ganz keiner selbst, wie das Ganze so läuft. Ähm. Habe ich schon gemerkt, das läuft irgendwie nicht so ganz gut. Und wenn ich jetzt wieder auf Twitch streamen kann, muss ich das Ganze jetzt jetzt wieder deaktivieren, sozusagen. Und nicht so weit nach hinten immer. Und, ja, bin jetzt hier. That's the story of my life. Das war stark. Wollte ich echt ein bisschen aufpassen, wenn man da hinfällt. So. Was gibt es hier Schönes? Hui. Da bleiben. Vielleicht oben gibt es das Weitere. Aber mal gucken. Jetzt oder da komme ich nicht. Das ist sehr schade. Hier gab es wahrscheinlich auch nichts mehr. Ne. Nur der Ausgang. Dann. Gehen wir mal hier. Vorsicht nach unten. Bisschen. Man kann es ja einigermaßen stoppen. Wenn man weiß, wie es geht. Da werden keine sein. Aber ein paar Eierchen. Ich sag's immer. Eier sind das halbe Leben. Was hat sie heißt? Ist da das Ei oder das Huhn? Der Enfekt antwortet. Natürlich das Ei. Es muss ja kein Hühnerei sein. Kann ja auch ein Dinosaurerei sein. Der war schon ein bisschen eher da als die Hündchen. Hoppala. Ist die... Oh. Kluge Standort. Aha. Wo geht's denn da rein? In das Spiel? Ich komm nicht mehr zurück. War das jetzt klug? Das ist ja normalerweise eine optionale Tür. Was hab ich jetzt gemacht? Richtig verratzt hier. Halt geht's jetzt irgendwie nach ganz, ganz oben. Vorsichtig. Oh, da war ein Sternchen entgewiesen. Völlig verpasst. Nicht so weit. Boah. Oh, ne Kanone. Ich glaub, die kann man nicht mal schlupfen. Ja, der schlupft schon ne Kanone. Ich war gut, der... Joschen. Was ist denn, wir sind ein bisschen verwirrend. So, wenn jetzt ne Blume mehr erwischt. Secret? Ne. Und, bam. So, jetzt komme ich da von oben runter. Ein bisschen Paralyze hier langsam. Und, das war ja, ah nein. Richtiger... Uhrenzonen würde ich fast schon sagen. Der Sohn, eine Uhr. Nicht... Nicht nett. Diese. So, haben jetzt mindestens die alle hier zusammen. Oder zumindest ein... Lab, lab. Wie komme ich da jetzt hin? Wie mache ich diesen denn? Und, das schießen geht ja nicht. Das glaube ich auch nicht. Wo komme ich denn? Ah nein, 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 nein. Wer ist die? Äh. Mario? Ganz ruhig. Hier da hinten war ja nix. Wo stecke ich da denn jetzt fest? Haben wir jetzt gerade festgeglitscht? Ne, kann nicht sein. Ich bin ziemlich verwirrt. Nein, 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 nein. Oh, nee. Nicht diesen jetzt. Oh, komplett verratzt hier. Oh. Kann man den Darm machen. Ich habe hier gerade irgendwie nix. Zurück komme ich auch nicht mehr. Hä? Ah. Meint nicht zu weit. Ja, geil. Keiner Trost. Okay, da geht's weiter. Was habe ich ja auch noch alles? Ah, hätte ich einen Schlüssel? Wäre ich drin. Habe aber keinen. Watz. Gut, halt, der Watz, Mann. Das ist ein geiles Secret. Gut, ich habe es ja schon... Stark. Ich glaube, ich habe es auch schon weiche nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht mehr jedes Level. Aber das ist schon ganz geil gemacht. Komm, dann hoch mit dir. Jawohl. Nicht zu hoch. Und... Ei. Aufpassen. Einfach durchrushen. So. Wo bin ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Anscheinend am Ende. Ah, das weiß ich noch. Gab es vielleicht auch so einen coolen 3D-Effekt? Oder auch nicht? Ne, es gab noch komische Geister. Und die Dinger, die man... runterkugeln konnte. Oh, da ist es richtig stark. Richtig knapp. Oh. Oh. Richtig knapp. Und ich dachte, das wäre noch etwas gewesen. Ah, das sind die Dinger, wo ich dann zwei Sekunden draufbleiben kann. Oder eine Sekunde, je nachdem. Nee, ich kann zwei Mal draufbleiben. Ah, richtig gemein. Vorsichtig. Vorsichtig. Tapsel. Wo bist du? Yoshi. Stark. Starke Leistung. So. Ja, damit. Ah, wieder ab. Drin. Oh. Das ist stark. Ah, wie mag ich nicht die Blume. Das ist gut. Und ab ins Ziel. Sau viel verpasst, aber... 200 Bonus Level. Bonus Spiel. Da hat einiges gefehlt. Da hat einiges gefehlt. Ekelhaft einfach, wenn's ohr juckt. Ah, schon ein bisschen besser. Ah, so. Glückskarte. Ah, super. Galter Glücksritter. Zwar, glaub ich, irgendwie... Pärchen aufdecken. Nee. Einfach aufdecken und gucken, was rauskommt. Stark. Ah, maximale Eier wär schon geil gewesen. Ja, das war jetzt richtig... Naja. Weiter mit 2,7. Lackitos Hinterhalt. Klingt schon leicht hinterhältig. Ah, diese fetten Scheigeis. Fetten schon. Mehr ist nur eine Diät nötig. Da hab ich erst heute eine Doku gesehen. Das ist bei Übergewicht nicht nur die... Also, klar, ist einigermaßen bekannt. Dass dann nicht nur Sport... Also, Sport ist ja auch wichtig dafür. Aber vor allem das Essen. Und Pfütze bleiben. Oh, fast abgelenken lassen. Gut, am Anfang, wo man noch 10 hat, ist es ja nicht so... Hätte gar nicht raufspringen können, auf dem Dicken. Erstmal... Right in your... Ah, Face! Oh. Und jetzt eins auch noch. Boah. Sniper wurde es aktiviert, aber dieses andere aktiviert. Kann man jetzt überhaupt da draufspringen? Auf dem Dicken? Das ist stark. Plupp. Da, da, da. Oh, wo geht's denn da überhaupt hin? Interessant. Oh, noch weiter nach oben. Näh, noch links. Oh, rote Minze. Kommst du her? Du auch? Oh. Mega Glück gehabt. Hier vielleicht auch nochmal. Huh. Huh. Und bei dieser gibt's da auch noch eine rote. Geile Sache. Boah. Dead Aim. Hä? Der trifft eh nicht, da er ein Loser ist. So, da komm ich aber nicht mehr zurück. Geh ich doch lieber selbst zurück, was nicht geht, da ich es nicht kann. Ist die Dicke da? Ne. Ah, sonst komm ich auch nicht hoch. Ah, ungünstig. Oder vielleicht ab hier. Keine Schwungschanze. Oh, nein. Okay. Ah, ich komm so wieder zurück. Zurück räumt mir ja nix. Aber vielleicht gibt's ja noch eine rote Münze. Ich will jetzt gerade immer die ganzen Münzen kompensieren. Ich hab immer so viele Münzen ausgelassen. Da war noch eine. Ist da noch ein Secret? Ne. Boah, da wird man richtig paroniert bei sowas. Oh. 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 Was hat der jetzt angezeigt? Ich war jetzt verwirrt. Da war kein Pfeil nach unten, oder? Ah, sind diese Münzen gewesen. Ah. Hart unangenehm. Gut, wären sie aber rote gewesen. Könnte ja sehr leicht sein. Was ist das mit dem? Bruder. Bruder. Bam. Stark. Habt ihr, habt ihr jetzt echt verpasst? Ja, ich muss den dann mitnehmen. Oder? Ich weiß nicht. Oh. Ich muss den mitnehmen. Ich kriege ich dann die. Wasser mit dem Flugding ist nochmal. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich lasse es einfach. I don't know. Moment. Die Zeit nehme ich mit. Ah. Was habe ich davon? Zwei mitnehmen, fünf verlieren. Team Casino. Da komme ich nicht durch. Da komme ich aber durch. Oh nein. Voll die Falle reingegrannt. So. Dann geht das auch? Ne. War nicht sehr effektiv. So. In dein Gesicht, Junge. Da ist bestimmt irgendein Router dabei. Ich brauche Eier. Ah. Die kann man nicht einsaugen. Oder doch. Okay. Alles ob. Besser geht es gar nicht. Dann dazu habe ich gebraucht. Perfekt. So. So. Da wäre noch die Sonne. Hm. Ah. Egal. Da komme ich da raus. Bin ich jetzt. Ah, wieder hier bei denen. Möchte ich gern österreichischen Bergen bei der Schwarzwälder Kirschtorte. Da läuft es jetzt mal relativ aber nicht so ganz gut. Schade. Fast alle. Und keine Eier. Mann. Ist grad nicht der Lauf meines Lebens. War schon mal dezent besser. Schnell vorbei. Ich gebe mir den falschen Traster zurück. So. Machen wir alle meine kleinen. Komm ich da hoch. Ich weiß nicht. Kurz und klein. Kurz und klein. Ich mache alles kaputt. Kurz und klein. Hier fliegen kann ich damit auch nicht. Ich werde damit auch kein Flug, Tino. Was klingt man das dann? Ich weiß nicht. Außer dass ich ein bisschen verwirrt bin. Kommt der zu mittig? Nee. Alles gut. Alles gut, Leute. Nix passiert. Das ist auch so ein roter. Nein, nein, nein. Was ist da los? Reinste Chaos hier. Alles gut, zumindest Eier. Es gibt zumindest Eier hier. Ah, hier bin ich. Also auf der anderen Seite. Bin hier gar nicht zu weit entfernt davon. In dein Gesicht. So. Da ist aber nichts mehr los. Haben wir da noch ganz kurz eins rein. Ja, das große haben wir rein. Oh, geht auch. Das muss ich gar nicht. So. 30 ist da. Ganz oben kommt jetzt nichts. Scheint geht es jetzt auch gar nicht. Ich versuche es nochmal ganz kurz. Da bin ich. Da bin ich. Gibt es irgendwas cooles? Irgendwie nichts. Ah, hier ist was cooles. Wenn ich treffen will. Oh. Secret Dungeon Time. Aha. Ich war nicht mehr zurück. Hätte es mal wissen können. Sehr schade. Das war echtes gerade Zufall. Oder, ne, Glück. Glück heißt das. Oh, der Dicke. Komm her, du. Also ist das wieder ganz oben. Aber ich bin hier fertig. Den Broken Run habe ich auch gemacht. Das heißt, es geht dir dann eh weiter. Alles klar. Stück für Stück. In dein Gesicht. Oh, nein, 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 nein. Was macht er das? Huh, huh. Ich habe doch schon 30. Ein paar Eierchen. Wo kommt denn der jetzt her? Der war da vor... Zwei Sekunden nicht da. Wo kommt jetzt alle her? Ah. Ich fühle mich leicht verfolgt. Nein, 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 nein. Mein verdammter Hurenbock. Oh. Das ist nicht nett. Raus hier. Oh, das kann ich den Konetten... Okay, alles gut. Sternenring. Bin mir auf 30. Das kann aber echt den ganzen Score versauen. Wo ist das hier? Bist du ein guter Fahrer. Dann gib Vollgas. Drücke B, um die Gegner zu überlisten. Weil ich weiß, wo ich wieder B hingelegt habe. Aber... Wir kommen zum ersten Mal zum... Yoshika. Ah, das war B. Stark. Das war eine geile Fahrt. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Hä? Was hätte ich wieder... Wahrscheinlich gar nicht. Na, toll. Aber zumindest komme ich ins Ziel. Gott, da war auch einiges. Ah, war nichts. Ich schätze auch wieder mal so 70 Punkte. Maximal 80. 770. Hm, gut geschätzt. Gott, es geht so krass per Kopf. Weil ich hatte relativ viel Münzen. Na, ja. Gucken wir mal, wie es beim nächsten... Bosskampf wird. 1, 2, 8. Bitte. Nebulus Schloss. Ich glaube, das war der, der in der Vase drin war. Wo man einfach nur die Vase nach unten schmeißen musste. Ich glaube, das war so ein Ding. So ein Ding war das, glaube ich. Haha. Oh. Wenn man stirbt, um am Leben zu bleiben. Ah, eine Stunde. Ich habe wieder so wenig Level. Ah. Es wird ja alles irgendwie aus irgendwelchen Gründen ja gelöscht. Seid man 15 Level hat, ist egal. Beim nächsten Mal hast du wieder 3. Was sehr stark ist. Ah, noch erwischt. Whisky. Boah, top, top, risky. Ein für neuer Lebensmüter. Oh. Oh. Ich habe es ganz leicht berührt. Muss ich mal ein bisschen aufpassen. Wobei, wenn ich immer das Leben bekomme, ist alles gut. Aber ne. Ich bin nicht so einer. Aber so einer war ich früher mal. Wenn ich immer das Leben bekomme, kann ich so oft sterben, wie ich will. Erbscht. Oh, diese gezielten Sprünge auch. Nein. Das ist einfach ganz normal rüberspringen. Oh. Oh, 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 oh. Fahr doch mal ein bisschen schneller, bitte. Da kommt doch gleich irgendein Ding hoch. Ne. Alles gut. So. Noch ein Leben. Nervous. For life. Und weg, ja. Und hier rauf. Bruder. Das ist krass, oder was? Huh. Oh, ne. Ein Tweet. Nice photo. Maybe your puppet Puppuppers through your followers were saying Dog Champ in response. Ach so, da gibt es hier wieder irgendwas Neues von Stream Element. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war. So. So. Das kann man auch so schwer steuern. So. Hopp, hopp, hopp. Fast. Das kann man auch so schwer steuern. So. 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 Das kann man auch so schwer steuern. So. 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 Was ist da nicht hier? Irgend so ein Bonusding. Kann man auch machen. Ah, der Lock Yoshi. Gab es halt auch noch gar nicht bisher. Du musst aufpassen, denn es sind auch... Füllen wir mal nach oben ab. Kann man auch verschiedene Touren nehmen. Ah, das war sogar eine gute Tour. Man muss es aber nur aufpassen, denn da kommen auch ein paar Geisterchen. Kann man das nochmal machen. Ich guck mal. Damit ich alles erwische. Eier kommen auch wieder zurück. Könnte also sein. Hm, da kann man nicht ausweichen. Äußerst ungünstig. Man kann auch nicht ausweichen. Man kann nichts machen. Aber nicht angreifen. Irgendwie mit einem Laserstrahl am Zug. Das ist ja witzig. Ah, was ich wieder witzig finde. So. Na. Das ist schon ein bisschen besser. Zwanzig. Da fehlen noch ein paar. Hoppla. So. rein hier. Jetzt ist das wieder düster. Seht ihr was? Oh ja. Geht schon. Wo geht's da raus? Ah, so ein Ding war das. Oh nein. Das ist eine gute Sonne. Perfekt. Ein. Wo war der verdammte Sternenkreis? Ah, okay. Oder? Nee. Jetzt muss ich das wieder machen. Hm. Ist nicht so ganz okay. Ah, gut. Kriegen wir auch noch hin. Das ist jetzt hier rein. Das war's richtig geil. Oh. Ich glaube, geiler wird's heute nicht mehr. Ich war so schnell weit. Ach, da auch auf den Schluck. Der hilft nur trinken. Eistee natürlich. Nichts mit Vollmilch. Eistee. Geht leicht nach unten. So. Da ist man nicht so gut. Man weiß, dann gibt's da irgendeine Route, die dabei ist. So. Das ist auch nichts. Okay. Aber die sollen nämlich ganz gerne mit. Man kann den echt nicht auswählen. Das ist echt ein bisschen doof. Ab nach oben. Bis er rückwärts fährt. Eine rückwärtsfahrende Lok. Zieht man auch nicht so oft. Nicht mal bei der Deutschen Bahn. Gott, das wär krass. Die Deutsche Bahn fährt jetzt rückwärts. Am besten rückwärts durch die Zeit. Das wär ganz praktisch. So. Das würde ich ganz gerne bewilzigen. So, das war schlucken. Und wenn ich hier stehen bleibe. Ah, danke. Sehr nett. Hilft mir sogar ein bisschen, das ist auch cool. Trotzdem aufpassen. Nicht, dass das Baby unterwegs verloren geht. Das wollen wir nicht. Oh nein, das ist auch gut. Was soll ich jetzt alle erwischen? Ah so, okay. Hab's schon kapiert. Boah, dead sniper shot. Letzter noch das hier ganz nach rechts schieben. Moment, bringt das was? Ne. Ah, das ist ein bisschen gemein gemacht. Aber das kriegen wir auch hin. Wer noch gelacht. Und, bada boom. So, ich hab den Schlüssel. Das heißt, den ganzen Weg nochmal nach links. Oh, das war geil. Ten out of ten. Oh nein, 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 nein. Ach. Deshalb muss die Sonne wieder respawnen. Völlig übersehen. So, du kommst auch mit. Moment, da könnte was sein. Ist nichts. Gut. Raus hier. Gut. Gut. Könnte auch jetzt ganz raus. Was ist denn hier noch? Zeitlich mit Schlüssel. Aber für was? Für was brauche ich einen Schlüssel? Denkt man, ich werde es bald herausfinden. Hoch. Drücke L oder Ehr, um das Fahnenkreuz zu stoppen. Das weiß ich schon. Du kannst die Fähre einfach erziehen. Das weiß ich doch schon. Geht aber so auch. Ein bisschen Eier. Das geht doch schon. Und nochmal. So. Schon komme ich durch. No problemo. Ah. Den brauchte man hier. Ah. Ich bin relativ nah vom Bosskampf. Oh. Sternkreuz. Geil. 30. Jetzt gibt es zwei Wege. Was heißt das? Ich bin mir gerade unsicher, wo ich dran gehen soll. Jetzt gehen wir da rein. Ah. Kein Elf verschwenken. Alles gut. Gut, dass ich da war. Ich bin mir gerade ein oder zwei. Ein. Oder. Zwei. Komm her. Ab nach oben mit dir. Und noch eins mit. Huch. Da bin ich eins gewesen. Was haben wir hier schönes? Diese Stacheln verursachen große Schmerzen und setzen Yoshi gleich aus der Gefecht. Hier noch ein Tipp. Zerstöre die Stacheln mit einem Ei. Ah, die blauen Stacheln da. Sieht aus wie diese Eiszapfen. Sieht irgendwie ganz cool aus. Ah gut, dann. Gehen wir da lieber nicht hin. Stark. Respawn. So. Was macht der da? Der trefft sich nicht. Ah, jetzt. Ah. Richtig knapp an der Kante. Das war geil. Ah, Bruder. Schaffe ich das noch? Natürlich. Hier stecke ich ja nur fest dann, oder? Genau. Gibt mir auch nicht so viel. Rein hier. Wenn ich jetzt? Ah, nein. Ich mag den Roboter nicht. Ah, nein, 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 nein. Ach so, kann man den B7. Vorsichtig gucken. Es gibt mehrere Vasen. Ah, ich mag den nicht. So. Und Sternkreis. Das ist auch einer? Aha. Ist da irgendwo ein Schlüssel drin überhaupt? Da ist einmal nichts. Boah, die machen mich hart. Nur wie ist. Die Dinger. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Puh. Ah, ich gehe jetzt noch weiter. Auch schön. Da ist der Schlüssel. Ja, damit. So, da ist sonst nichts drin. Kann ich beruhigt dann da hingehen. Oder wäre da noch was? Ich gucke mal lieber. Ah, jetzt mal speichern. Wäre nicht zu schlecht. Da geht er mal durch. Ja, da ist nichts. Ja, da ist nichts. Das ist eigenordentlich. Gut dann. Rein hier. Ach, so viele. Blumen. Wasen. Wasen. Too much races. Und da geht es schon zum Bigger Boss. Das war jetzt stark. Das muss doch gehen. So, jetzt aber. Okay, dann. Let's go. Zu. Smogul. Smogul. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Oh ja, stimmt. Das Kind bringt Unheil über die Bowser-Familie. Also gib es mir. Was juckt denn dich, die Bowser-Familie, Kamik? Ach ja, du bist ja der Diener. Da war ja was. Den muss man einfach nur runterschubsen. Was er aber nicht mochte. Deshalb muss man... Oh. Das ist gerade nicht passiert, oder? Ich glaube, die brauche ich eh nicht. Ja. Also, gleich rein. Und als Sprache gleich loslegen. Also, ich glaube, man kann die blauen Flammen auch essen. Bin mir aber nicht so sicher. Auf jeden Fall. Das mag er nicht. Genau. Die schieben sogar dagegen. Nee, kann man nicht. Ah, da geht man schön in Highscore hin. Wenn es ein Highscore gewesen wäre. Ich weiß es ja nicht. Ah. Wo ist es? Kommt es gut aus? Ja. Ja, komm schon. Bisschen noch. Bisschen noch. Bisschen noch. Jawohl. Haha. Brown. Brown. Du, du, du. Du, 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 du. Jetzt habe ich bestimmt 4 und... Äh, 96. Da ich 4 Punkte verdorben habe. Bestimmt sonst perfekter Highscore. Nee, eine Minze hätte noch gefehlt. Eine rote. Boah. War fast ganz guter Highscore. Boah, es ging schon ein bisschen hart nach hinten. Schwimmste 770. Aber naja, ich habe ja gesagt, er zähle nicht mehr die 100%. Aber wir haben trotzdem die zweite Welt jetzt auch ganz bravourös destroyed. Das sei eh auswendig. Ist es wie so ein Silvesterkracher. Wie so ein China-Büller. Wie so ein Clipart von der China-Büller sah das gerade aus. So, und jetzt sind wir in der dritten Welt. Aber ich würde jetzt doch ganz gern sagen, dass ich es jetzt mit diesem Stream sein lasse. Da machen wir dieses Mal nur ein einstündiges Stream. Ich wollte nur die Zeit, die wir fertig haben. Und dann würde ich mal sagen, beim nächsten Stream geht es dann los mit Welt Nummer 3 von 6. Jetzt kann man sich ungefähr denken, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Fast. 2 Sechstel Ein Drittel 33%. Genau. Mathematisch gesehen, stimmt das. Okay, gut. Dann würde ich nochmal sagen, danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Stream, der dann am nächste Woche stattfinden wird. Denn nächste Woche habe ich dann keine Zeit mehr zum Streamen. Da ich da bei meiner Freundin bin. Bis Dienstag. Also entweder Dienstag oder Mittwoch. Genau, Dienstag oder Mittwoch wird dann der nächste Stream sein. Ich denke mal, dass ein Stream dann vielleicht sogar das Stream sein wird, wo es das nächste Ultimate Live Match geben wird. Das lange sehnte Match gegen Genesis steht ja auch noch lang, das steht ja auch schon seit Ewigkeiten an. Hm, müssen wir noch ein bisschen trainieren. Genau. Und dann wird es auch hier weitergehen bei Yoshi's Island. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken. Gehen wir ganz kurz zum Main Screen zurück, wenn es irgendwie geht. Ich weiß nicht, ob es geht. Aber ich kann hier die Karte rumscrollen lassen. Das ist cool. Very cool. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau, eine Stunde und 13 Sekunden. Ciao. Ciao.